Ja, hey Willkommen Mein Name ist Anirio LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphona, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir in die Unterwelt gegangen und haben so gut wie gar keinen Fortschritt gemacht, weil ich, weiß ich nicht, keine Ahnung hatte, was ich machen soll oder weil er sagt, das war und weil wir nicht weiterkamen oder was weiß ich. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein und überspringen mal in den ganzen Haufen sinnlosen Gebrabbel, der geplappert wird. Das war ich schon als Kennel, so ein drittes Mal. So, diesmal gehe ich mal mit einer anderen Strategie hier ran. Und zwar tue ich jetzt mal den ganzen Nachteil hier aktivieren, anstatt immer, ja, keine Beeinträchtigung. Vielleicht bringt es das ja irgendwie, ansonsten wüsste ich dann nichts. Eben der Effekt, KP plus 1% in Bewegung. Okay, anscheinend kann ich nichts. So, dann, Colette, wenn ich mich nicht irre, hast du irgendwie... Ähm, was, was meine, hier, heiligen Tränke... ...verbessert. Dann mach doch mal, bitte. Heiliges Licht an ihm. So, warte. DB wieder hergestellt, geil. Ich hab keine Ahnung, was da letztes Mal passiert ist, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, ob es gar keine Möglichkeit mehr gab. Äh, da weiterzukommen oder nicht, ich fand's auf jeden Fall nicht sehr toll und ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Weil das wäre sehr, sehr doof. Ja, ich entzünd jetzt einfach mal ganz locker diese ganzen Flammen hier. Ich hab nur noch Quarz gefunden, geil. Aber wirklich, wir können auch hier einfach mal ein paar Mal rein und raus gehen, weil... Sonst stimme ich da richtig schlecht. So. Ich will mich vielleicht irgendwie sehen, feiern wir, Max, irgendeine, weiß ich nicht, bestimmte Anzahl haben oder so, ich weiß es nicht. Hm. Wir gehen mal einfach hier durch und gucken, ob meine Vermutung stimmt, dass ich irgendwie die ganzen Dinge aktivieren muss. Also... Ähm... Nachteile aktivieren muss, Beeinträchtigungen. Ob das irgendwas hilft, wenn nicht, dann... Ich weiß auch nicht. Muss ich wieder auf Hilfe warten, weil ich alleine nicht wieder dahinter kommen, was ich machen muss. Was schon viel zu oft im Spiel passiert ist und mich langsam ein bisschen verzweifelt ist, ey. So viele Probleme hatte ich echt noch nie in japanischen Rollenspielen. Wenn ich das erste Spiel, wo ich andauernd irgendwo feststecke und ich weiß... Oder irgendwie alleine auf irgendwas komme, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht das älteste Spiel, was ich hier spiele. Deswegen... So, hier kann man weiter. Ich geh jetzt mal hier weiter erstmal. Ich zähne einfach alles an und gucke mich überall um und was weiß ich. Nur um nichts zu finden. Okay. Weiter. Hier haben wir alles erkundet, können weitergehen. Zack. Zur nächsten Ebene und hoffentlich bleib ich wieder nicht an der fünften Ebene irgendwo stecken, weil sonst wird das nervig. Jetzt geht der Welt, geht ihr vor. Das ist unsere Welt, ihr seid lediglich Außenseite. Ihr müsst nach den Regeln unserer Welt kämpfen. Kommt auch das noch. So. Ebene im Fekt mehr galt erhalten. Okay. So wäre es so mit drohlich roten Räumchen. Okay. Okay. Ich sehe gar keine Doppel zum Gegner. Hier ist eine Sackgaste, also müssen wir nach unten. Das macht es einfacher. Wenn ich irgendwie Gegner oder so erledigen muss, um weiter zu kommen, dann würde ich gerne einen ganz kleinen Tipp bekommen. Auch bleibt das Spiel von mir verlangt, dass ich Gegner erledigen muss, weil ich habe keine Lust, andauernd auf sowas alleine zu kommen. Ganz ehrlich. Ich gehe mir dann so ein bisschen auf den Nerven im Spiel. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal. Ja, hello. Okay. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Ich meine, damals hatte natürlich nicht jeder Internet und konnte direkt nachgucken hier bei Google und so. Wie man weitergekommen ist, mache ich sowieso nicht bei dem Spiel. Aber trotzdem. Das ist irgendwie so wie ins kalte Wasser werfen. Und ich glaube, ich habe ja schon wieder eine komplette Sackgasse gefunden, oder? Hm. Ne, hier war ich glaube ich noch nicht. Kann ich schon sagen. Ne, hier war ich auch schon. Was ist denn Teufel? Will ich schon wieder eine Sackgasse, oder wie? Kann nicht sein. Kann nicht sein. Hier, hier, hier war ich auch schon, glaube ich. Ey, hey. Diesen roten Räumen, was muss ich hier machen? Diesen roten Nebel im Hintergrund. Muss ich Gegner herlegen? Ich weiß es nicht. Ich muss mich in bestimmten Gegner herlegen. Das andere fällt mir ja nicht ein, ganz ehrlich. Ja, hier ist ein Pflanzsie, gibt es mir nirgendwo anders, glaube ich. Hippocampus. Das ist Latein für Seepferdchen. Glaube ich. Irgendwie sowas, ne? Ja, das hat nichts gemacht. Geil. So. Und so weit dringend aneinander. Geil. Also, diese Fraktion, kann ich schon nicht leiden. Boah. Ich hab zum Teufel langsam, wirst du denn? Ach ja, ich glaube, ich habe ja irgendwie das schwere Stiefel oder so gegeben. Warum bleibt es hier in den Zeiten? Warte, warte, bitte, ein bisschen. Na, okay. Oh, man. Blink, blink. Ey, what? Butsch. Ja, einmal den Hammer gegen die Fresse geschlagen und dann alles gut. Hm. Weiß nicht. Wird auch der Gegner nicht nochmal neu auf. Auch den Gegner nicht mehr neu auf. Also, muss ich jeden in der gesamten Ebene erlegen, oder was? Muss ich mir wahrscheinlich die Farben jetzt merken, dass jeder Raum macht, oder wie? Was ist denn, wenn ich nicht genug Seelenfeuer zu diesem Zeitpunkt habe? Ich hab einfach ein paar Gegner hier platz und kuppert passiert. ich hoffe das was ich mache ist richtig vielleicht muss ich jeden einzelnen gegner töten der gesamten leben das ist ja überhaupt nicht nervig dann wenn mehrere räume kommen davon wahrscheinlich muss ich noch nicht mal jeden einzelnen gegner töten vielleicht stehe ich hier ohne jeden irgendein gegner und bin immer noch nicht weiter die respawn aber nicht also nehme ich mal an ich muss alle gegner erlegen 961 glaube ich nach dem kampf also wie dazu hat diese großartig nicht nervt ist wenn man so an wir auf den ersten weg weil ich schwer habe ich sagen schwer ist ja auch nicht da habe ich schon kommen wir sehen weiß ob ich das überhaupt richtig mache gerade ich muss ja vollkommen anderes machen eigentlich ein paar partie aufnehmer wenn ich schon wieder nicht weiter kommen dann bitte und daraus auch nichts sehr ich gesagt ich habe zwei punkte dazu bekommen glaube ich da muss ich halt hier geht es platt machen anscheinend zum glück laufen ja nicht viele gegner um ich bekomme echt viel geld kann sein oder irgendwie nicht ich habe immer noch so wenig geld insgesamt oh du böser bär immer wenn ich mein dingseinsätze ist der gegner tot so so hm auch nichts okay hm keine na so da sind ja einfach irgendwelche random gegner hineingeklatscht worden so die schwächsten die es gibt irgendwie im moment also ich habe es nicht so schwer ich habe es nicht so schwer hier wie abbrechen da macht eben so platz danke das beginne ich ja begegne ich ja irgendwie gegner ja vorher nicht begegnet bin aber verpasst habe wird weil sich wahrscheinlich ist das gar nicht richtig deswegen ich diesen part wieder 0 fortschritt 2 nennen kann h2 mal gucken ich habe dann gehe ich hier irgendwie mit level 100 oder so rein wenn ich irgendwie jeden gegner eben einen schlag wegkauen kann damit das hier schneller geht was ist denn das wer macht sowas Hilfe Hilfe okay alter wie schnell kreft er ihn an wie er auf mich angedüst kam so ganz schnell bitte so einer ich habe verdammt sehr gut wie so ich habe voller ap bekommen da hat er mich nur geeilt im letzten moment die rain die nette ich habe diesen angriff so sehr er trifft so viele leute auf einmal im untergrund sehr schön so immer noch gegner totknüppeln da sind wahrscheinlich noch 5, 6, 7 räume die ich noch machen muss geil ungefähr immer 3 gegnern warum auch nicht da sind ja nicht viele 20 30 kämpfe oder so die ich dann pro ebene machen muss wenn so ein raum kommt falls überhaupt was ich hier mache richtig ist ich habe ja keine ahnung so komm her bitte sag mir ich mach das richtig hier sonst reg mich dann nehme ich hier richtig rauf dann bin ich hier gleich rum im Rage schwenst mich stoppen was rat denn sicher hä als rote räume muss ich gegner töten wenn uns jetzt verstehe jetzt kann ich keine heiligen tränke benutzen geil ich idiot war wenn hat alles ist hier überlegt wird mit dem beeinträchtigungen er weiß wie viel ich überhaupt brauche wahrscheinlich alles im einrutschen machen was richtig doof ist ja keine ahnung und am verweck ich muss alles noch mal neu machen wie sowas drückt irgendwie richtig auf meine motivation und da ich bin jetzt überhaupt nicht gut gelacht und ja nein angriff wird geil schon wieder hat neun gegner gesehen so ja weil mich mal jemand rein ich kann man mir nicht öffnen mich über gegner karte willkürlich nehmen sollen ich hoffe er hat jetzt nicht über dieser nebeneffekt schon wieder ein roter raum ich muss schon wieder gegner töten wie doof ist das naja danke im kampf gegen mythos mit rein den letzten zauber erlernt ne letzten daraus geworden ich muss ja nur die toten köpfe irgendwie erlegen ich weiß es ja nicht über dich es ist silber lamia und zwar schwert ich werde wieder auf ein paar kommentare die mich auf dem weg der erleuchtung ja bringen damit ich genau weiß was ich tue und ich weiß dass ich irgendwie ein missbau ich will es erstmal in jedem raum irgendwie so ein oder zwei erledigen vielleicht bringt es halt irgendwie da muss ich eine menge schneiden habe ich so das gefühl wenn ich hier ordentlich vorankommen möchte ganz ehrlich mein sowas verlangen dieses bonus dungeon komplett zu lösen ist nicht so groß muss ich jetzt ganz ehrlich sagen ich möchte zwar so viel mit vom spiel zeigen und so viel wie möglich machen aber das ist doch schon wieder ihr ein bisschen krass hier sind nicht so viele gegner sich gerade das gefällt mir schon mal wir sind verdammt wenig gegner mach mal den einen da noch platt warum nicht reicht das dann auch da die lichter scheinen ja irgendwie nur immer vorteil zu geben außer und weder hier kp minus 100 prozent weil das risiko gehe ich gerne ein die meiste zeit bekomme ich nur vorteile also los das ist meine glückliche pose auf meinen sitz aber die gegner die machen mir ehrlich gesagt gar nichts wir sind verdammt schwach das gefällt mir oder ich bin verdammt stark da kann natürlich auch sein na warte wie ist da jemanden raus ja du stehert mich deshalb irgendwie zu fahrt da so gehen da sind sie irgendwie so rote ringe um sich haben wenn wir schon immer gefragt aber ich glaube das sind einfach nur nach 15 gegner hier könnte auch öfter mal einsetzen muss jetzt aber nicht jeder zweite raum jetzt immer so ein gegner tötungsraum sein oder ich war einfach nur wie regel so im hintergrund zur zerstörung auslebte sehr gut jetzt stehen wir für so und lassen uns von denen nehmen sehr gut aber durch brauchen wir wieder abgesprochen wie mein feuer gar keine priorität ich hoffe nur wirklich wir können irgendwann so ebenen ausgehen oder soweit ganz ab von anfang an zu machen das ist doch ein bisschen übertrieben da habe ich gar keine lust weil ich bin hier nur am rummeckern und umbördern aber trotzdem wenn ein spiel ein dazu bringt sich zu beschweren dann kann es nur gut sein so so tp wieder erstellte wir sind jetzt mein gegner glaube ich meine oberle mit gleich voll ich meine jetzt ist voll band ja gut ich liebe den tag noch so sehr ich habe schon oft gesagt aber es ist einfach mal so stark so stark so stark ja bitte lasst hat die letzten beiden seien ich sage vor du bist wieder stein verwendet du bist du die die mich entspannt verwendet aber du bist ein buch so danke hey hey so so danke okay hey das ist echt alle gegner immer tötene da ist ja sehr schön ich möchte mindestens in diesem part hier noch irgendwie was erreichen oder irgendwas bedeutendes schaffen statt schon wieder in so eine ebene hier um zu latschen das bitte weg so viel verlangt irgendein boss oder so möchte ich mindestens im nächsten part oder so kaputt hauen ich glaube ich runter und links wahrscheinlich sind ja so zehn ebenen nur irgendwie so an der naja ist auch noch falsch woher das feuer brennt jetzt aber so die blau räume muss ich mal so dinge aktivieren glaube ich da ist das den raum bitte nicht zu lange sein und sagt mir 5 der letzte auch viele dinger naja ist der war braun gut würde dass mich irgendwie mal ein checkball oder so erreichten ja sehr gut dann würde ich sagen ich mache genau hier einen schnitt und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play teams auf symfonia die kreuz edition ich verdanke mich alle jetzt schon sagt tschüss bis zum nächsten folge ja 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 ja